Verdammter Mist, der Kerl ist direkt hinter mir. Kannst du mir helfen? Hahaha, hallo? Wie geht die Steuerung nochmal? Wer besteht, du Läpfel? Ey, wir können doch über alles reden! Die Welt! Oh Mann, schon wieder verloren. Aber vielleicht finde ich hier ein paar Leute, ein paar Freunde, die mir was beibringen können, die mich unterstützen. Ey, Leute! Könnt ihr mir ein paar Tipps geben? Digga, was ist das denn für ein Clown, Alter? Hä? Weißt du was? Halt die Fresse! Oh Mann, ich werd hier nie Freunde finden und das alles lernen. Und selbst so ein Nervtöter wie der Revi hat das Spiel gelernt. Hab ich da grad meinen Namen gehört? Was? Oh Gott, schnell raus! Was? 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 Da ist jemand, den hole ich mir. Vielleicht krieg ich ja irgendwann mal so viele Kills wie Ninja. Keinen Fehler machen, bereit halten und sterben. Hallo, ist hier jemand? Darata? Benni, bist du das? Ja, ey, ey, sag mal was leiser, ist ja kein Wunder, dass du keine Kills machst. Boah, bin ich froh, dich zu sehen, ey. Kannst du mir helfen? Ja, klar. Regel Nummer 1, immer aufpassen! Ah! Ich kann nicht, ihr Pickard! Ich muss ja weg. Das war knapp. Das gibt's doch nicht, was hat der geschluckt? Läger nicht! Gerade noch so abgehängt, aber der arme Benni. Oh, da könnte ich was finden. Endlich ne geile Waffe, sogar mit Zielfernrohr. Oh mein Gott, ich hab ihm den krankesten Headshot des Universums gegeben. Der Typ steht da einfach nur rum. Was macht der da? Ja, Tachchen, ich hätte gerne zwei Currywürste und, äh, äh, eine Pizza da, Armi. Ah, der bestellt Pizza. Den hol ich mir. Ey Mann, das war mein Kill. Dein Kill? Den hab ich schon vor ein paar Minuten ausgemacht. Ich hab den zuerst angeschossen und du, Penner, hast mir den eiskalt weggeschnappt. Und jetzt bist du dran. Dennis? Sag jetzt mal! Ich wusste nicht, dass du's bist, Mann. Hast du vielleicht nen Verbandskasten dabei? Nee, geht nicht, Mann. Ist der Solo-Modus. Sollen wir beide nicht mal zusammen im Duo kämpfen? Nö, sorry, Mann. Du bist mir zu schlecht. Geil! Das erste war zwei Kills. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier kommt jetzt so schnell keiner mehr Aua Ich hab doch wirklich alles versucht Ich bin einfach zu schlecht Saratza Wer ist da? Folge meiner Stimme Folge meiner Stimme Hier bin ich Komm ruhig rein, du Verlierer Hier, Saratza Hä? Wer bist du denn? Ich bin Hennoblatt Der Botschafter von Liebe und Spielspaß im Fortnite Ah, alles klar Dann kannst du mir doch bestimmt ein paar gute Tipps geben, oder? Ja, also Du bist halt wirklich so kacke Äh Ne, also jetzt mal No-Filter, ne? Das hab ich noch nie gesehen in meinem Leben, Hammer Aber Da kann ja Da kann ja sonst wer rumkommen Dir ist einfach nicht zu helfen Wirklich? Aber Schau mal Walle Es geht doch auch um den Spielspaß Wie soll ich denn auch Spielspaß haben? Wenn ich nur am Sterben bin Ja, schau doch mal Alle wollen immer die Besten sein Ja, die krassesten Ficker Ja, und Irgendwie unter 15 Kids in der Runde Da lädt ja niemand mehr auf YouTube hoch Aber Schau doch mal Es geht doch auch um den Spaß Was ist mit dem? Die vielen gemeinsamen Stunden Die Lacher Die Freude Das gesellige Beisammensein, Sarazah Das ist doch der Kern der Sache Du hast wirklich recht, Mann Der Spaß am Spiel Ist doch das Einzige, was zählt Genau das sag ich Es geht um Spielspaß, Walle Nicht hier immer besser sein und so Hab Spaß Brudi Danke, Mann Jetzt verstehe ich's Oh, Scheiße Ja, Mann Mein erster Kill Ja Jetzt macht's schon irgendwie Spaß Sarazah Hihihi Hä? Wie? Ich komme mir Oh, Scheiße Wenn ich ciao